Es war einmal ein kleines Fledermausmädchen namens Lila. Lila lebte in einem kleinen Wald zusammen mit ihren Freunden, den Tieren des Waldes. Eines Tages machte sich Lila auf den Weg zu einem Teich, den sie seit einiger Zeit beobachtete. Der Teich war von dichtem Gestrüpp umgeben und wurde von einem kleinen Bach gespeist. Lila hatte das Gefühl, dass dieser Teich etwas Besonderes an sich hatte und wollte ihn genauer erkunden. Als sie den Teich erreichte, traf sie auf ihren Freund Lenny, den schlauen Waschbär. Lenny war bereits am Teich und hatte einige Steine in das Wasser geworfen, um die Fische zu fangen. Hey Lila, was machst du denn hier? fragte Lenny neugierig. Ich habe das Gefühl, dass dieser Teich etwas Besonderes an sich hat. Ich möchte ihn genauer untersuchen, erwiderte Lila. Lenny war skeptisch, aber er war neugierig genug, um Lila zu begleiten. Als sie näher zum Teich gingen, bemerkten sie, dass das Wasser eine seltsame Farbe hatte. Es schimmerte in einem ungewöhnlichen Grün. Das sieht aus wie Zauberwasser, sagte Lila aufgeregt. Lenny war nicht so begeistert von der Idee. Lila, lass uns nicht in Schwierigkeiten geraten. Das Wasser könnte gefährlich sein, warnte er sie. Lila war jedoch zu neugierig und sprang ins Wasser, um es zu untersuchen. Zu ihrer Überraschung bemerkte sie, dass sie plötzlich fliegen konnte. Lenny, schau mal. Ich kann fliegen, rief Lila aufgeregt. Lenny schaute überrascht auf seine fliegende Freundin. Er war immer noch skeptisch, aber er konnte seine Neugierde nicht unterdrücken. Er sprang ebenfalls ins Wasser und bemerkte, dass er auf einmal viel schlauer war. Er konnte auf eine Weise denken, die er zuvor noch nie erlebt hatte. Die beiden Freunde schwammen und flogen um den Teich herum und entdeckten, dass alle Tiere im Wald etwas Besonderes an sich hatten. Die Eule konnte auf einmal sprechen und der Hase konnte sich in einen Frosch verwandeln. Sie wussten, dass sie ein Geheimnis entdeckt hatten, das sie niemandem verraten dürften. Sie beschlossen, das Geheimnis des verzauberten Teiches für sich zu behalten und es weiter zu erforschen. Sie trafen sich jeden Tag am Teich, um die Veränderungen in den Tieren zu beobachten und zu untersuchen, wie das Zauberwasser sie beeinflusste. Eines Tages bemerkten sie jedoch, dass sie nicht die einzigen waren, die das Geheimnis des Teiches entdeckt hatten. Ein fieser Fuchs, der im Wald lebte, hatte das Geheimnis ebenfalls entdeckt und war sehr daran interessiert, es für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Lila und Lenny wussten, dass sie etwas tun mussten, um das Geheimnis zu schützen. Sie beschlossen, den Fuchs auszutricksen, indem sie ihm eine falsche Fährte legten. Sie planten, den Fuchs zu einem anderen Teich im Wald zu locken, der ebenfalls von Zauberwasser gespeist wurde. Sie hofften, dass der Fuchs dort abgelenkt sein würde und nicht herausfinden würde, wo das Geheimnis des verzauberten Teiches lag. Also fingen sie an, eine Falle zu bauen. Lila und Lenny legten eine Spur aus gefälschten Fußabdrücken, die vom verzauberten Teich zum falschen Teich führten. Sie hofften, dass der Fuchs der Spur folgen würde und sich dort verirren würde. Sie planten auch, den falschen Teich mit einem Zaubertrank zu versehen, der den Fuchs schwächer machen und ihn in eine tiefe Schlaf verfallen lassen würde. Nachdem sie alles vorbereitet hatten, warteten Lila und Lenny am verzauberten Teich auf den Fuchs. Sie waren gespannt darauf, ob ihre Falle funktionieren würde. Nach einer Weile hörten sie ein Rascheln im Gebüsch und bemerkten, dass der Fuchs ihnen gefolgt war. Der Fuchs folgte der Spur und erreichte schließlich den falschen Teich. Er trank das Zauberwasser und bemerkte nicht, dass es verändert worden war. Als er zu schwach wurde und einschlief, konnten Lila und Lenny ihn leicht zurück in den Wald bringen. Zurück am verzauberten Teich waren Lila und Lenny erleichtert, dass sie das Geheimnis des Teiches schützen konnten. Sie schworen, niemandem von ihrem Geheimnis zu erzählen und weiterhin jeden Tag am Teich zu treffen, um die Veränderungen in den Tieren zu beobachten. In den nächsten Wochen und Monaten entdeckten sie immer mehr Veränderungen bei den Tieren des Waldes. Der Bär wurde plötzlich sehr schnell und der Dachs konnte plötzlich sprechen. Sie wussten, dass sie etwas Besonderes entdeckt hatten und waren froh, dass sie das Geheimnis des verzauberten Teiches für sich behalten konnten. Eines Tages jedoch bemerkten sie, dass die Veränderungen bei den Tieren nicht nur positiv waren. Einige Tiere wurden zu übermütig und gefährlich. Der Hirsch war plötzlich sehr aggressiv und der Biber baute unkontrolliert Dämme, die den Bach blockierten. Lila und Lenny wussten, dass sie etwas tun mussten, um das Gleichgewicht im Wald wiederherzustellen. Sie beschlossen, den Tieren zu helfen, indem sie ihnen halfen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Sie begannen, Workshops abzuhalten, um den Tieren beizubringen, wie sie ihre neuen Fähigkeiten auf eine positive Weise einsetzen konnten. Mit der Zeit kehrte das Gleichgewicht im Wald zurück und die Tiere lernten, mit ihren neuen Fähigkeiten umzugehen. Lila und Lenny waren stolz darauf, dass sie den Tieren helfen konnten und das Geheimnis des verzauberten Teiches für sich behalten konnten. Von diesem Tag an trafen sich Lila und Lenny jeden Tag am verzauberten Teich, um die Veränderungen in den Tieren zu beobachten und zu erforschen. Hat dir diese Geschichte gefallen, gib mir bitte ein Like und abonniere meinen Kanal. Somit verpasst du keine Videos mehr von Lila und Lenny.